Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 14. August Wie das Feuer Silber und der Ofen Gold, also prüft der Herr die Herzen. Sprüche 17, Vers 3 Der norwegische Dichter Henrik Ibsen hat ein Drama geschrieben. Pyrgind, in dem kommt eine ergreifende Szene vor. Der alte Pyrgind steht nach allen Irrfahrten seines Lebens vor einer Waldhütte und hält eine Zwiebel in der Hand, die er spielend entblättert. Und dabei wird ihm diese Zwiebel zum Bild seines Lebens. Atemberaubend überfällt ihn die Frage. Nach den Häuten müsste doch ein Kern kommen. Wir hören ihn sagen, das hört ja nicht auf. Immer Schicht auf Schicht. Kommt denn der Kern nicht endlich ans Licht? Bis zum Innersten. Da schaut nur einer. Bloß heute. Und dann erschrickt er. So ist mein Leben. Mit einem Fluch wirft er die Zwiebel fort. Eine unheimliche Szene. Aber was die Bibel sagt, ist noch unberuhigender. Da nimmt Gott selber die Zwiebel in die Hand. Unser Leben. Ob er wohl mehr findet als nur Schalen und Häute? Wie das Feuer Silber. Von dem geoffenbarten Gott heißt es in der Bibel. Er hat Augen wie Feuerflammen. Das ist das Feuer, das unser Leben prüft, wie Feuer das Silber. Ihm machen wir nichts vor. Ob er einen Kern bei uns findet? Er wird viele Schalen wegwerfen. Denn in unserem Leben sind viele Nichtigkeiten. Ob er einen Kern findet? Was könnte das für ein Kern sein? Er findet einen Kern, wenn er sich selber in uns findet, in Jesus. Wenn wir den Sohn Gottes in uns aufgenommen haben als den Heiland der Sünder, der aus dem ärmsten Leben etwas macht, dann hat unser Leben seinen Kern und seine Mitte und ist nicht verloren. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du in uns wohnen willst. Kehre bei uns ein. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Danke schön.